Musik Da will ich gerade auf Recording drauf gehen, da kommt Antivirus und poppt auf. Das hast du immer mit deinem Antivirus, ey. Bei jedem Spiel, das du spielst oder Aufnahmen, kommt irgendwie Antivirus drin vor, ey. Ich will gerade auf den Record-Knopf drücken und dein Antivirus sagt so, nein, 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 tu es nicht. Das Schicksal wird abwenden, dass wir aufnehmen. Alles klar. Okay, da reicht das gleich mal die Quest aktivieren, damit ich auch weiß, wo das ist. So, Akt 3, welcher irgendwie einfacher ist, als Akt 2, können wir ja schon mal anfangen. Was machst du eigentlich, lieber machst du irgendwie die Kampagne, lieber oder neben Quest? Oder willst du, bist du so schnell wie möglich durch die Kampagne gekommen oder willst du irgendwie so aufsparen nach dem Nebenquest oder so? Ähnlich. Die Kampagne ist ja momentan noch ein bisschen unspektakulär. Die meiste Action hatten wir in anderen Sachen, die nichts mit der Kampagne zu tun hatten. Ja. Also in Dungeons und so Festungen. Aber ein bisschen die schwierigsten Sachen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Kampagne ist. Nur meine Logik ist es halt irgendwie, ich nehme an, die Kampagne ist irgendwie wichtiger, ne? Ja. Deswegen meine Logik ist irgendwie, wir machen erst ein unwichtige, bevor wir uns an wichtigen kümmern, ne? Oder so bis zu einem bestimmten Punkt, sollte man glaube ich schon irgendwie die Kampagne spielen. Ich hätte nicht weiter weh. Ob wir noch irgendwas freischalten müssen, oder irgendwie so weiter? Ich brauche mehr Wut. Gehen wir einfach mal dahin, machen, guck mal was mit der Barbaren Queste auf sich hat. Da kann man ja weiter nicht verantworten machen. Damit ich mir erzeigen kann, wie weit wir rennen müssen für meine Quest. Aber so ein Pferdchen hätte ich auch schon gerne langsam. Ich leide mir vorbeilaufen. Ich habe nicht genug Wut. Oh. Keller. Ich gehe da rein. Wie die Laptop der Ormacht. Der Keller hat ein Symbol. Ja, irgendwie schon. Ja, ihr zu sagt, dass der Katja. Das erinnert mich an irgendwas. Da gab es noch draußen gegen die Leute. Ich bin einfach reingegangen. Dann kämpfe ich hier gegen die Leute. Ich habe nicht genug Wut. Na ja, ich habe schon. Ich habe gerade gestorben, weil ich so ein Geist gesehen habe. Ja. So schnell sterbe ich hier noch nicht. Ja, wo ist jetzt hier? Was machen wir? Ich habe keine Wut mehr. Ich muss warten. ich bin noch nicht säbel und nix für höhe okay als schlechter der selbe war auch schlechter aber hier ist ja auch nur säbel und ich sehe das todes oder irgendwie sowas ich muss warten dann aufstehen danach ist ein was ein tattel geändert also ja dann sein wollte ich nicht ja aufstehen danach eine bessere rüstung der tunik keller eigentlich sind mir auf der karte diese keller werden wenn ich abgecheckt ja aber ich meine jetzt hier so dauerhaft weil ich gehe jetzt ja überall über die karte wenn so gebieten die war schon waren und ich sehe nirgendwo keller also nehme ich mann weil ich dachte irgendwie so weit wie dungeons wenn er einmal reingegangen ist das hat abgeschlossen und dann ist dann immer ein häkchen aber die waren gar nicht angezeigt leider nicht wirklich wichtig ja ich glaube auch hier gerade mir so dungeons aber die sind dauerhaft oder sind halt irgendwie so sachen irgendwie wöchentlich oder so resettet werden oder irgendwie sowas also die die waren noch nicht abgeschlossen haben da stehen noch belohnungen dran so im seite von wenn ihr das hier abschließt dann kriegst du das hier zum ersten mal also danach richte ich mich jetzt irgendwie so ok wenn wir irgendwie schon irgendetwas dann hinein oder im keller waren eigenes schlange auch dir meine hilfe bitte ich brauche eure hilfe ich kann nicht sehen meine teuerste wandert allein durch diese felder leite die tote personen schwer geliebten also ist das sicher dass sie ja aber wir müssen so dass gut hier den typen ich habe mich hingepackt ich habe mich nicht alle töten mal hat man den seine frau legendär also niedriger p der ist sehr stark passiert einfach so ich bin noch nicht bereit ich bin noch so dann war irgendwie so wenn man da hirsche getötet haben haben die auch so monster geräusche macht man das kurs ich habe glaube ich auch irgendwie mal so reagiert und so hat jetzt immer noch relativ okay ow Achtung! ich habe kaum noch 35 36 36 nicht 36 36 dann sind wir 41 was geht okay ich habe keine mehr Neh, 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 neh Ah, schäle hoch Ich bin auch nicht bereit Fuck Ah, pelzbesitzer Hobe, das ist genau mein Stil Seltsame Kante Ja, schau dir mal die Kante an Ich bin schon ganz schön breit, ne? Ich bin schon erkannte irgendwie Überhaupt richtig Ich bin auf der Karte am Gucken Wenn die 20.000 Gegner wieder sind Ich habe keinen Erfolg mehr Ich muss wacken Ich habe echt so viele Gegner sind, ne? Ich bin schon ein bisschen wie so ein bedeutender NPC da irgendwie einfach nur weil sie nicht sich die Füße vertreten wird Ah, naja, schon wieder 20 Gegner Ich bin schon wieder ganz Ja Ich kann da keine fünf Schritte machen Irgendwie weiß ich nicht, wie man nach links kommt Ich muss machen Ich habe gedacht man könnte eigentlich hier oben so lang aber irgendwie ist die karte ja nicht aufgelegt Okay, irgendwie falsch Ja, ich weiß, dass im Keller aber scheint ja nichts zu bringen wir werden ja nicht notiert anscheinend Ich nehme an diesen random oder so Ich habe nicht Ich habe nicht Was man nicht in die Kalle mehr gehen irgendwie zu random Ich habe gedacht wir können jetzt hier so rüber und dann sogar links irgendwie aber irgendwie Ich weiß nicht wie man da hinkommt Wenn man Glück haben muss hier irgendwo so ein weg der links geht es auch Okay jetzt eine stadt glaube ich Ich habe gedacht weil jetzt jemand mit dem pferd vorbeikam Hier sind die geile 40 Ich bin noch nicht bereit Ah Es ist Ganz gleich Ich bin noch mal der symbol auf der karte gesehen aber ich wusste hier gerade der goldspur also in alltag gewählt also auch zwei intelligenz bekommen jemand für die für dich bringt das bestimmt irgendwann intelligent ja wenn nicht genau du bist ja nicht mehr du bist ja nicht eigentlich so magier mäßig schnell ich kann vorstellen wenn der bringt ein bisschen mehr als für hier mein bar ich kann gleich wieder jeder punkt intelligenz macht mein hirn größer 79 es ist mein niedrigster wert kommt uns bloß nicht näher wer die sekelette vom weg ist beschützen ihn einfach das bekomme ich aber nur schrott hier so als waffen mal geschwacht hat ja es ist nein wir sind fast da glaube ich einmal im weg ist hoch war jeder schrei halt ein bisschen dran kapazität wir haben wir noch gar nichts und drei wegpunkte 6 gegen quest 29 entdeckte gebiete und drei alter von der lef vielleicht sollte ich ein paar gegner da vielleicht soll ich ein paar gegner erledigen ich bin ja sowieso ein bisschen unter level ich habe keine volt mehr da jetzt sind die wieder jetzt sind die wieder hier okay das ist ein bisschen merkwürdig einige von denen sind durchsichtiges einige nicht denn die sind jetzt hier sichtbar und diese durchsichtig nein was gehen wurde vom christli bernget nicht was gehen aber noch in der blüte seines jahres seiner jahre mein gott man darf ich dem ganzen ist es datian wir schauen wir sagen wenn wir gesteht seit um zusätzlich zwei prozent ja sagt ihr 50 prozent vier prozent mehr schaden 50 prozent nach wenn ich gesteht bin aber aber natürlich nicht schneiden weil es alles umgeschnitten nach außerdem kriegen kommen die parts an er raus manchmal hier so umgehen todesstoß da kann ich vielleicht ich wünschte ich kann irgendwo sehen wo mein beserker modus ist also wie lange der anhält weil ich habe ja so viele sachen irgendwie beserker modus geben aber ich kann mich nochmal okay okay ich kann ich kann ich kann los nein dass die finger von eben ich bin noch nicht bereit er sagt bald euch bitte ich muss machen er hat einen kuh den seine seine skelette beschäftigen die ganze zeit kann bestimmt so stark sein die machen das ganze spiel ja habe ich schon abonniert und geliked kann ich hier von der wahl gebrauchen können wir uns hier mal ein bild an wenn ich ihn also holen kann ich die wandertieren ich möchte hier wenn er 100 verbraucht und das maximale leben 28 so kalt ich nehme an irgendwann bekommen wir halt keine fertigkeitsbote meine ein handwaffen ja da müsste ich mir irgendwie überwältigen was ist das ich muss mich definitiv irgendwie auf eine waffe irgendwann festlegen nehme ich an da bin ich irgendwie so hat meister raushauen kann ich kann zum beispiel jetzt hier nicht irgendwie jetzt zwei ein waffen das sind natürlich so sachen für zwei an waffen und ich könnte auf einen hand gehen dann würde ich schneller angreifen also muss ich da irgendwie so aufpassen wir haben mein bild hier wollte ich so machen will ja dann habe ich mir gedacht da muss ich dich beschützen und dann ist glätte auch sehr gut ich würde auch hoch greifen mit meinem schrei mal sehen schon halb so ist das man kann mich unendlich drehen ja ich kann nicht aufhören meine angst weiter wir sind schon fast da ich bin unverwundbar geht zum schreien dann bist du unverwundbar ich bin noch nicht bereit das ist du eigentlich auf die leute hier losgehen so von teilen ich muss warten ich muss warten ich habe trotzdem ein schild war passiert aber das ist hohe ich bin auch nicht ich bin ein bisschen grün ich bin jetzt sehe ich dass er erst ja 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 ich bin noch nicht bereit dass du mal im moment wieder nicht auf ich bin noch nicht bereit meinung gibt oder so nicht sagen aber auch oh ich bin noch nicht bereit etwas stärker gerade war irgendwie merkwürdig hat sie da noch standen dass irgendwie einige deiner skate und ein golem waren sichtbar aber einige waren wieder durchsichtig das scheint sich irgendwie jetzt mal irgendwie zu ändern die regeln von deinen skeletten scheint hier zu ändern grün aber nicht dieses grönen sagt das ist auch voll verdächtig ich habe irgendwie so billig gehört als wir dann was geil ist im jahr gesprochen hat so wie es nix im wald der uhr an ich wusste es geschicklichkeit hahaha noch war viel zu auffällig man ja detektiv dann jeder findet alles er bleibt für den sterbenden mann essen als mal gleich sein kann niemals gestillt werden ja er ist mit was keiner kann ihn das anhaben aus der bahn haben was und ultima weiter runter ja der bärmliche küste noch ein ganz klein bisschen dann sind wir da wir sind ja nur gerade auch dadurch reise ich muss machen da ist sogar eine besondere pferde geschirr der stäpe habe ich zwei legendäre sachen ok ich habe glaube ich habe glaube ich gerade eine pferderüstung eingesammelt ich habe die grad verwendet jetzt habe ich die freigeschaltet weiß nicht was da war ich habe da noch kein pferd ich glaube ich habe irgendwie ein design also freigeschaltet ja ja das mehr schön hat soll das sein schon gewohnt hat die karte so komisch aus kenne ich nicht ich bin baba ich komme nicht in kontakt mit wasser ich war schon mit dem blut meiner gegner haben wir ja ein trophy bekommen schon so viele spinnen getötet doch ich muss da wird auch also auch ein erfolg bekommen ja wenn jetzt kann schnell reiten bis zum aktivieren wenn ganz mit noch mal über die rennen ja ich werde auch abend brust er brauchst du nicht Aua Ich bin noch nicht bereit Okay, erst mal gegen den Waffen Ah 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 Ich habe einen Bomben auf mich Meine Taschen sind voll Nein Ah Ah Nein, Pam wurde getötet von Bestie Nein Ich war noch so jung oder eher Keine Ahnung Ah 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 Ich muss ich habe da unten ist eine stadt und ich verkaufen kann warum so viel schaden gehen wir aufeinander los ich bin auch nicht ha ha heute 250 rohleder spieler titel schneider nach ich bin auch nicht bereit ich muss warten nein hat er nur ich stimme in unseren kopf die uns hinterher ja ja schon wieder so ein goldner oder ich bin auch nicht bereit leben nein nein er zu stecken nicht ja damit ja damit da hat er sich einer aus dem weg ich muss was nein da wird da oben ich muss warten ja hier anlegen die an kolben und legen der stiefel ich muss ja mal platz schaffen muss bei euch nicht ich kann nicht auch sagen weil er so viele sachen sind doch mein gott toll was daten von namen das sieht aus wie irgendwie weil sie nicht was ja nicht doch schon da sind so zacken irgendwie da wo der wo der wo ihr die wo der hammer ja eigentlich sein sollte weil sie damit teilteilt vom hammer sind irgendwie so komische zacken wir kommen dass sie aus wie zum kettensägen hammer ist die waffe das war ja ich war ein shop man ich muss warten so wie kommt man da rein ich weiß nicht was mir immer so viel schaden macht ich muss warten ich höre die leute der kämpfen sind aber hast mir reiht irgendwie sehe ich nichts hier ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit wir sagen wir können so und hier drin ist meine barbaren quest gott sei dank hat er überhaupt nicht lange gedauerte aber gott sei dank wieder gut so hier unten ist ein wegpunkt irgendwo nicht so gerade wo ist er auch hier unten nur da waren wir ein paar sachen verkaufen meine mentale wir sind wieder zurückkommen woher weiß ich hatte ich ein baba bin das hat das meiste erwischt so nämlich waren ich muss auch irgendwie so hat alleine machen so wie du mit deinem ich weiß ja nicht genau was du da machen musst du es irgendwie gegen so ein paar gegner kämpfen und man wieder bei mir abläuft jetzt komme ich einfach nur dahin und die sagt so hier nehmen das völlig ich sage noch mal kurz meine sachen ein meine edelsteine sind schon wieder so viele quests ich nehme an bei dir steht niemand die ist genau da wo der schmied ist woanders dann ja sehe ich hier wieder nix ist genau hier genau hier steht jemand bei mir gerti spielmeisterin des ochsenstammes der war eine quest sehe ich gerade ihr wolltet mich sehen ich sehe ihr seid ein kind des ariads aber ihr tragt kein emblem gehört ihr keinem stamm an die winde der schlacht tragen mich weiter und schneller als jeder schlacht tragen mich weiter als jeder stamm es gibt viele wie euch in der wildnis aufgewachsen kann ich meinen eigenen stamm erstellen meine eigenen barbanen stamm neben quest schnell bei mir auch wenn ihr oder ist wieder ein anderes glaube ich solltet ihr katra im norden der stadt aufsuchen sie wird euch zeigen was nötig ist ich glaube ich soll mich ihren stamm anschließen werde jetzt kann man ja auch ein annehmen von der stimmt etwas nicht die große axt des ochsenstammes ist aus der schmiede verschwunden von schnellen händen gestohlen machen diese barbanen eigentlich die ganze zeit die verlieren dann irgendwie ihre waffen und wir müssen die wiederholen hat das leben unzähliger dämonen am ariath ausgelöscht wird aber nicht abgenutzt ihre handwerks konnte jetzt aber waren quest lieber für jemanden gemacht haben hat er auch in dieser waffe verloren sucht sie sich zu holen welten die ihren wert beweisen wollten wir haben ihnen eine lektion erteilt aber sie versuchen es immer wieder wir haben gesehen dass sie sich rund um die ruinen an der südküste verstecken wenn sie die axt haben ist sie bestimmt dort das ist meine axt suchen kann ich ja wieder aus versehen verkaufen wie die letzte waffe da wo es meine quest die ist ich habe es nicht aufgepasst wo die quest ist die uns jetzt gegeben hat kann ich ja question müssen die quest von der irgendwie sie nix von karte erschienen sie nur meine barbaden christ aber die ist direkt hier in der nähe wird irgendwie in frage gestellt warum ich keinen stamm angehöre kann dir sagen ich wagen ich bin mal ein eigener stamm statt der stinkfunktion gerne ich stehe von so einem baum stamm mit herum habe ich ein katana immer nach und irgendwie schon so hier steht jemand hier steht niemand bei dir die schickt mich ich möchte mich denn ochsen stamm anschließen mich ranken sich legenden das kann ich gerne zeigen ich bin berühmt in dieser welt wenn ihr zum ochsen stamm gehören wollt müsst ihr euch das durch blut verdienen das im angesicht unserer ahnen vergessen wird ich werde ihre zeugin sein wir brechen zu den jagdgründen auf okay wir müssen zu den jagdgründen und mich begleitet ja jetzt gerade jemand und ein mpc ja ich kann nie sehen ja was er nicht an ich muss mich vor der beweisen karte sind bei mir so viele punkte jetzt gerade erschienen ich muss einfach nur alles töten man geht die schlechter ich schaffte jetzt auch ich habe den titel schmutzig bekommen das kann ich ein schmutziger nahe werden ein schmutziger mörder denn wenn wir nennen wenn wir nennen denn 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 ich bin auch noch ich bin auch noch blöden sekt immer noch nicht mehr so viel schrauben ich nehme mal wenn du die tötest zählt hat auch ich muss noch ein paar banditen erledigen ja 20 wild hier und 30 banditen erwähnt ich brauche noch vier banditen und da ist schon einer also hat gefunden für dich und jetzt soll ich zu einer höhle gehen ich nehme an da kann ich dann nur allein rein dann kommt der daniel op wieder raus da kann er das spielstolen brauchen mich gar nicht mehr ich bin ich fünf mal bereiter als vorher dann sehe ich so aus wie war man ja bei mir auf dem thumbnail merken rein und seine muskeln wuchsen vier mal größer ich bin auch nicht bereit wie auch immer das noch mal von der grinsch war ich habe den satz kennt sie irgendwie nicht bereit ja diese gut diese muskeln und dann diesen baum hochgehoben und ihn geworfen und an diesem tag wussten seine blöden wollen buch sein herz um das vier fach weil wir sind es muss gehen da fühle ich mich jedes mal wenn ich jemand er schrumpft mein herz auch weil jetzt in der bahn stand mir jemand gegenüber hätte voll die offene hose gehabt das fand ich lustig ich glaube das ist nicht ich glaube ja was ist in dieser höhle eine große furchterregende bestie eine große furchterregende bestie die steppe schon und verheert ernten karawanen und auch krieger bringt mir ihren kopf als opfergabe für unsere ahnen dann seid ihr teil des ochsenstamms ich warte hier auf eure rückkehr oder zumindest bis zum sonnenaufgang warum sind wir leute am sterben mit der roth nicht lange warten müssen ich sehe noch wie so läuft ja ich sehe noch wie leute einfach ja so um kippen mich ich nehme mal du kannst ja nicht rein oder interagieren oder so ok